so da bin ich wieder leute und wie ihr seht ich habe 94.000 holen wir noch jemand ein bisschen geld ab und wir können jetzt weiter bauen ich kann euch sagen woher ich so viel habe ich habe irgendwie zwei stunden war ich jetzt im spiel und habe einfach nichts gemacht sondern im hintergrund habe ich das spiel laufen lassen und jetzt habe ich halt so viel geld dass wir jetzt ganz viel kaufen können guck mal wie viel ich jetzt machen kann natürlich ist das geld ganz schnell weg weil jetzt kann ich richtig schnell machen also wenigstens geht jetzt ein bisschen was voran richtig krass sieht das aus richtig oha wie krass sieht das denn aus wand tür tür boden büsche tür richtig trast ich kann halt richtig viel jetzt kaufen und es geht halt immer weiter hoch jetzt mein einkommen pro sekunde und so habe ich dann richtig viel geld am ende oha wie viel ich jetzt kaufen kann aber ihr seht ich habe jetzt nur noch 29.000 plötzlich es geht halt auch schnell weg das geld aber das ist aber es ist halt so viel geiler sieht das auch aus jetzt okay geld jetzt habe ich kein geld mehr aber guck mal wie krass das jetzt aussieht und wie viel wir haben zwölf prozent haben wir jetzt schon das sieht doch krasser aus als grad oder hier mit diesem krass krassenteil wie viel spieler oh drei spieler nur oder okay ich guck mal hier 1 2 3 4 5 spieler nur aber ihr seht ich krieg 68 pro sekunde und das ist halt richtig viel geld das wird wirklich mega krass mit diesen mehreren folgen folgen also wir werden das wirklich ganz ganz viel spielen von dem game mega menschen tycoon heißt es übrigens könnt ihr gerne auch selber spielen könnt ihr euch selber angucken auch spielen selber dafür ist das spiel auch da zum spiel und das ist halt schon krass arbeitsfläche es ist so 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 ein krasses game wie ihr seht schon es ist so geil weil man ich habe jetzt schon 77 pro sekunde und ähm moment hier 13 prozent wie krass das aussieht dieses zimmer ist das ein richtig krasses zimmer da mit den gemälden fettes fette gemälde sind da da hier seht ihr seht so fette gemälde hier couch und sofa und sitzecke und alles das sieht halt mega krass aus hier hocke ich jetzt ok teppich ja es reicht jetzt kriege ich halt schon 80 pro sekunde also eigen aber ich würde schon besser finden wenn ich nicht immer dahin laufen müsste weil ich muss jetzt die ganze zeit hin und her laufen ich warte jetzt mal bis ich 25.000 ab und wir sagen wir sehen uns gleich wieder wenn ich 25.000 ab bis gleich